die erste nachtwanderung wartet auf uns genau los geht das ganze nach dem intro herzlich willkommen auf becker.de ich habe mal meinen kanal durchforstet und dabei ist mir ein punkt aufgefallen genau es gibt keine nachtwanderung das will ich natürlich heute ändern ihr seht da hinten geht schon so ein bisschen die sonne unter wir haben es jetzt um genau zu sein 19 uhr 55 genau ich hoffe es haut alles so hin wie ich mir das gedacht habe und wir schaffen es genau ich starte die nachtwanderung hier am schiedersee da waren wir ja vor über einem jahr tagsüber genau und ich dachte das ist so die optimale location es wird langsam dunkler genau ich habe mir jetzt dazu entschieden bevor ich jetzt also starte mir doch meinen pullover anzuziehen wir haben nur was heißt nur wir haben nur noch 20 grad es soll auch heute nacht nicht wirklich warm sein also 12 ich glaube 12 grad oder sowas hat gesagt aber trocken himmel ist schön ist der himmel genau und ich würde sagen jetzt starten wir es wird schon du es da habe jetzt gerade überlegt ob ich meine kamerabeleuchtung jetzt schon einschalten aber ich glaube das zu früh genau ist erst halb neun aber es geht schon hinter mir wird das schon ziemlich ziemlich dunkel genau ja ich hoffe nur dass mich gerade so eingefallen ist dass die auf der anderen seite vom see die tore nicht zu haben sonst dürfen wir diesen ganzen weg wieder zurücklaufen dann sind es keine ich sag mal grob acht kilometer dann sind es bestimmt ein paar mehr aber ich glaube damit müssen wir rechnen so ich würde sagen auf geht's da hinter mir ist schon der mond es ist erst mal viertel vor neun und ich musste jetzt tatsächlich schon die kamerabeleuchtung einschalten sonst hättet ihr mein gesicht gar nicht mehr gesehen genau viertel nach neun und schon mit mit licht laufen also zumindest auf der kamera so jetzt normal geht es noch würde ich so für mich behaupten wollen genau aber für die kamera dass die mich auf fast ist es doch schon zu dunkel ein bisschen windig haben was mal ein bisschen auf die temperaturen einzugehen ja pullover habe ich mir angezogen habe ich ja vorhin schon gesagt einfach ja lieber haben stadt brauche oder an haben ich hoffe nur dass die insekten so ein bisschen mein licht in ruhe lassen wir sind hier am see aber ich glaube da könnt ihr schon nichts mehr sehen vom see das ist schon zu du ist da aber ich zeige euch das dann wenn wir dann über den damm laufen dann ja werde ich euch mal ein bisschen zeigen wenn man was vom see noch sieht genau also ich würde sagen weiter geht's wir haben noch strecke zu machen so viel vom see könnt ihr nicht mehr sehen ich glaube ihr hört es nicht mal mehr plätschern ich habe ja gerade eine pause gemacht genau und werte jetzt weiter starten das ist echt schon das ist echt schon sehr sehr dunkel gucken können wir den mond sehen da ist der mond na also können wir schon sehen das ist ziemlich dunkel da hinten noch gar nicht sehen da hinten auf jeden fall ist der staudamm doch aber den können wir wie gesagt wir noch nicht so gut sehen können so genau also kann auch hin und wieder passieren dass die kamera unscharf macht auch das ist möglich so aber ich würde sagen wir starten weiter unsere erste nachtwanderung also auf geht's es ist jetzt dunkel richtig dunkel genau das nämlich schon eins so ein uhr schon ein paar kilometer zurückgelegt genau kameraleuchte hält was sie verspricht oder was sie versprechen soll genau also bin ich jetzt schon so langsam auf dem rückweg so richtung ziel das heißt wir haben einmal komplette 8 kilometer geschafft so also weiter geht's gemütlich 17 grad und wind bin ich froh dass ich schon den pullover vorher angezogen habe ganz ehrlich ich hätte nie gedacht dass das jetzt schon abends oder nachts so frisch ist wie heute aber aber okay es regnet zum glück nicht gewittert nicht eigentlich optimale bedingungen genau und es ist dunkel ringsrum ist es dunkel das einzige was hier leuchtet ist die kamera leuchte genau herrlich hatte ich mir extra jetzt mal für so eine nachtwanderung angeschafft genau ich glaube könnte man öfters nutzen schon gar nicht so schlecht habe jetzt noch gut schätze mal eine gute stunde ich noch vor mir bis ich wieder zurück am autobühne wie ist es mit euch habt ihr eigentlich schon mal richtig oder jetzt vor kurzem mal eine nachtwanderung gemacht schreibt doch mal in die kommentare ich bin mal gespannt wie ihr eure nachtwanderungen macht genau also würde ich sagen weiter weiter ich habe gleich die 8,8 kilometer geschafft genau schlimm also jetzt so das laufen geht aber das gucken ich habe ja trotzdem wo habe ich sie meine taschenlampe und ruchteck und noch stunden haben aber taschen aber reicht so fürs normal laufen ja aber ich habe festgestellt dass ich jetzt wo es so dunkel ist langsam unterwegs bin als am tag wie gesagt es ist jetzt ja ein stück über ein jahr her dass ich den also dass ich den rundweg schiedersee gelaufen bin und ja mir kommt es heute so vor als hätte ich doch was länger gebraucht so so ihr lieben wir haben es geschafft genau gucken wo geht sie durch genau also wir haben es geschafft wir sind am auto angekommen füße tun mir weh aber es hat sich dann noch gelohnt hat es auf jeden fall spaß gemacht auf manche stellen im dunkeln doch schon etwas sehr ja schwierig zu bewältigen sind muss ich zu geben im hellen das ist alles etwas einfacher ja wie gesagt im hellen ist das alles oder ist einiges etwas einfacher genau aber geschafft ist geschafft jetzt habt ihr natürlich die möglichkeit mir einen daumen nach oben zu schenken und natürlich abonnieren gefällt mir klicken kommentieren was auch immer in diesem sinne träumte steuer abenteuer lebt es ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020